Er sorgte für die heiße Action, aber tausende Fans schafften die passende Atmosphäre vor dem Londoner Odeon Theater trotz strömenden Regens. Und sie gaben der ganzen Sache echten Glamour. Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grind. 15, 16 und 17 Jahre sind sie jetzt alt, doch seit fünf Jahren sind sie vor allem die Gesichter von Harry, Hermine und Ron. Zeit, die in ihren jungen Gesichtern zwar noch keine Spuren in ihren Köpfen, aber doch einiges an Erfahrung hinterlassen hat. Die Verantwortung wächst mit dem Alter, die Fans erwarten einfach, dass man besser und besser wird. Es ist eine fantastische Rolle, mit der ich eben identifiziert werde. Kein Problem für mich. Vor vier Jahren mit dem ersten Film brach der Hype über die drei herein. Aus Kindern wurden Stars, aus den Stars schließlich Teenager. Gewachsen sind sie alle, doch Emma Watson ist dazu noch auf dem besten Weg, ein echter Hingucker zu werden. Den Star-Rummel nehmen alle drei inzwischen ganz locker. Viele nennen mich immer noch Ron, aber das stört mich nicht wirklich. Aber es ist schon komisch, als eine Filmfigur erkannt zu werden. Auch wenn der Film diesmal insgesamt düsterer ist als seine Vorgänger, die Action ist atemberaubend. Doch nur wer älter als zwölf ist, kann sich das ohne Eltern anschauen. Zu gruselig in Mann. Doch mehr... Aber der Film ist eine grey COBen. Aber der Film ist nicht in der Film. So war natürlich nicht in matière one. ...